Musik In der Cafeteria im großen Hörsaalgebäude werden an einem Tag bis zu 380 Ketten D's verkauft. Musik In der Mensa der FH Kiel werden durchschnittlich an einem Tag 90 Currywürste verkauft. Musik Musik Der sogenannte Veggie Day, der eingeführt wurde, pusht das alles noch in die Hülle. An solchen Tagen werden dreimal so viel Currywürste verkauft und das Fachpersonal nennt diesen Tag auch Currywürste. Musik 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 An einem guten Tag werden hier im Campus Komplik Kiel bis zu 10.000 Blätter getroffen. Musik 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 Am Campus Coffeeshow an der FH Kiel werden heute zum Beispiel 10.000 Blätter gedruckt. An einem Tag wie heute. Musik 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 Hahahaha